Zu den schönsten Hüttenanstiegen der Alpen zählt der Wasserfallweg zur Hesshütte. Ausgangspunkt ist die Kummerbrücke bei Gstatterboden. Anfangs geht es durch herrlichen Buchenmischwald hinauf ins sogenannte Kummer, ein wilder Felskessel, an dessen Ende der namensgebende Wasserfall in langen Fontänen zu Boden stürzt. Auf patschnasse Tuchfüllung geht es am Wasserfall vorbei, bis etwas höher oben der Weiterweg nur noch über Eisenleitern und Seilsicherungen möglich ist. Der Wasserfallweg gilt als einer der ältesten Klettersteige Österreichs und nach seinem steilen Abschnitt folgt das Gebiet der ehemaligen Ebersanger Alm. Eine Fläche, in der sich die Natur allmählich in wilde Urlandschaft zurückverwandelt. Ausgedehnte Lerchengürtel, da und dort mit Zirben, Tannen und Fichten gemischt, ziehen den Wegrand, bis in der Ferne schon stolz die Hesshütte am Enzeck-Sattel thront. Die Hesshütte bietet sich als Ausgangspunkt für Gipfelbesteigungen, besonders in Richtung Zinnödel und Hochtor an. Oder wie hier, über versicherte Passagen auf die steil aufragende Planspitze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020